Mein Name ist Sarah Judin-Sutter. Ich bin Infektiologin, arbeite hier am Universitätsspital Basel, leite hier die Abteilung für Spitalhygiene und bin stellvertretende Chefärztin der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene. Bei meinem Forschungsgebiet geht es darum, die Übertragung von epidemiologisch wichtigen Erregern zu verstehen und Interventionen zur Eindämmung dieser Übertragung zu studieren. Meine Forschung und meine klinische Tätigkeit gehen im Rahmen des Arbeitsalltages eigentlich Hand in Hand. Einerseits befasst sich die Forschung damit, zu verstehen, zu versuchen, wie es zu Übertragungen von epidemiologisch wichtigen Erregern kommt, eben auch gerade wie es im Spital zur Übertragung kommen kann und dann eben auch zu studieren, welche Präventionsmassnahmen hier gegenwirken können. Und das lässt sich sehr gut mit meiner klinischen Arbeit im Alltag vereinbaren, wo es eben darum geht, im Spital zu definieren, welche Massnahmen getroffen werden können, um die Patienten vor spitalerworbenen Infektionen zu schützen. Ich finde es einfach faszinierend, zu versuchen zu verstehen, wie epidemiologisch wichtige Erreger, wie beispielsweise antibiotikaresistente Bakterien übertragen werden, welche Quellen zur Übertragung beitragen, wie die Übertragungswege sind und vor allem dann dieses Wissen zu versuchen zu nutzen, um Präventionsstrategien daraus abzuleiten. Ich möchte gerne einen Beitrag leisten, die Evidenzgrundlage hinsichtlich der Übertragung epidemiologisch wichtiger Erreger zu stärken und dann vor allem auch daraus Präventionsmassnahmen abzuleiten und dies vor allem mit dem Ziel, die Betreuung von Patienten und Patientinnen am Spital zu optimieren. Ja, in der Freizeit habe ich eigentlich keine Hobbys, sondern vielmehr Interessen. Ich lese gerne, ich schaue gerne Filme, ich reise gerne und gehe auch gerne gut essen. dem Restarten fait Jünger anseenden dann ebenso am illustrat sein Vielen Dank.